Stellt euch die Frage, mache ich eine Webseite, mache ich einen Facebook-Kanal oder wie immer, ist es wichtig, sondern... Hallo und herzlich willkommen zu diesem sehr speziellen Video, nämlich über Social Media. Woher kommt diese Idee? Diese Idee kommt von euch, von meiner Community auf dem YouTube-Kanal. Ich hoffe, ihr habt den Kanal abonniert, wenn nicht, jetzt schnell auf Abonnieren klicken. Und ja, ihr wisst ja alle, ich mache meinen wöchentlichen Business-Vlog und im Business-Vlog habe ich so nie die Zeit, um auf die Themen ganz exakt einzugehen. Deswegen dann immer diese Einzelvideos. Und eine Frage von einem Zuschauer, von einem Abonnenten war auch, wie gehe ich mit meinen Social-Media-Dingen generell um? Wichtig ist einmal, Social Media ist aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Also stellt euch die Frage, mache ich eine Webseite, mache ich einen Facebook-Kanal oder wie immer, ist es wichtig. Sondern es ist eine Grundvoraussetzung, damit man mit den Leuten direkt kommunizieren kann. Das heißt, als Unternehmen, als Personenmarker, als Firma, muss man erreichbar sein, angreifbar sein. Die Menschen möchten etwas sehen. Und dann ist der nächste wichtige Punkt, es geht nicht darum, plumpe Werbung zu posten. Es geht darum, guten Content zu produzieren und damit mehr Wert bei den Zuschauern, bei meiner Community zu erzeugen. Und das haben die wenigsten verstanden. Die posten einfach irgendwie die Werbung raus, weil damit haben sie eine Reichweite. Aber um das geht es gar nicht. Es geht darum, mit den Zusehern, mit den Abonnenten, mit den Fans in Kontakt zu treten. Und dann anfangen zu kommunizieren. Das heißt, es ist aber nie so einfach, mit seiner Zielgruppe, mit seinen Kunden direkt zu kommunizieren. Und jetzt kommt das genau mein Lieblingsthema, nämlich das Marketing der 80er Jahre ist out. Eine Frage jetzt an euch und lasst mir wirklich unten die Kommentare da. Wer schaut denn wirklich noch bewusst Fernsehwerbung an? Da zappt ja auch jeder weg. Das heißt, der Großteil dieser Fernsehwerbung wird ja gar nicht mehr registriert. Pannerwerbung im Internet drinnen oder auch die Printwerbung, wenn da irgendwie ein Logo wieder in der Zeitung ist. Wer schaut es denn diese Werbung jetzt da wirklich an? Das heißt, Werbung funktioniert heute komplett anders, Kommunikation ist anders. Und unser Vorteil ist derjenige jetzt von der Generation Wide, von diesem Jungen, wie wir unterwegs sind. Wir verstehen das Ganze. Weil die ganzen alten Agenturen und so weiter, die arbeiten auch immer in diesem 80er Jahre Style. Also ist es meine Chance, aber wichtig auch für dich. Deine Chance in diesem Bereich aktiv zu werden. Und jetzt geht es darum, über diese Kanäle erstens einmal ehrlich und authentisch zu kommunizieren. Und deswegen kommt wieder mein Lieblingssatz. Authentische Bewegtbildkommunikation. Ihr könnt es mein Leben, mein Tun seit über zwei Jahren nachverfolgen, wie es mir gegangen ist und so weiter. Und ich trete mit meinen Zuschauern, mit meinen Fans direkt in Kontakt. Und dann ist es wichtig, finde deinen Weg. Finde das, was für dich stimmig ist. Ich mag zum Beispiel nicht schreiben. Für das habe ich jemanden. Aber ich liebe es, Videos zu produzieren, in die Kamera zu reden und mich so mitzuteilen. Weil da sieht man meine ganze Energie, die rüberkommt. In der Gestik, beim Aufstricken, in der Mimik. Du siehst einfach, wie es mir momentan geht, wenn ich diese Message rüberbringe. Dann ist es wichtig, also das erste ist einmal Netzwerk. Auf welchen Netzwerken, Social Media Netzwerken, möchtest du vertreten sein? Ist es Facebook? Facebook ist mehr Storytelling. Instagram ist mehr mit Bildern. Xing ist jetzt ein reines Business Netzwerk. Ist viel Arbeit. Da lege ich persönlich sehr viel Arbeit und Zeit rein. Aber ich habe einen sehr guten Response, auch von Aufträgen aus dem Xing Netzwerk. Und ich habe den Großteil meines Geschäftes aus neuen Xing Kontakten gemacht. Oder auch LinkedIn. Das heißt einmal, entscheide mal für dich selber, auf welchen Social Media Netzwerken möchtest du mal präsent sein und aktiv sein? Was ich vergessen habe, YouTube. Sehr wichtiger Kanal für mich. Dann das zweite. Entwickle deine Methode. Mit Methode meine ich jetzt das, was ich gerade vorher gesagt habe. Möchtest du mehr schreiben? Sprich, bist du ein Schreibblogger oder bist du ein Videoblogger? Also wie möchtest du kommunizieren? Was ist deine Methode, um deine Message mitzuteilen? Dann das dritte ist, schreib für die Videos oder für deinen Blogartikel Drehbücher. Da siehst du jetzt immer so einen Spickzettel nehmen. Aber das ist das Drehbuch für dieses Video. Und was mir auch immer wichtig ist, ich habe nur Stichworte hier oben. Das heißt, ich gehe jetzt da, das klingt vielleicht jetzt esoterisch, kann man nicht sagen, aber das klingt spirituell, weiß ich nicht genau. Ich habe die Punkte da für mich liegen. Dann starte ich die Kamera und dann warte ich, was kommt. Aufgrund von diesen Stichwörtern. Das heißt einmal Drehbücher schreiben. Und dann einfach produzieren. Dann schneien. Das heißt, das erste ist einmal Netzwerk, deine Methode, Drehbuch schreiben, Ideen niederschreiben. Dann anfangen zu produzieren. Und dann natürlich posten auf deine Plattformen. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen eigenen Text für meine Facebook-Postings. Ich habe einen eigenen Text für meine YouTube-Postings. Ich gehe einen eigenen Weg auf Xing und LinkedIn. Das heißt, ich suche mir genau aus, dass jetzt da was passt. Wichtiger auch, ich verlinke es jetzt in der Infokarte hier oben, das Buch von Gary Vaynerchuk, der Kampf um Kunden. Da steht genau drinnen, wie man auf diesen Plattformen auch umgeht. Das heißt einmal posten. Und dann seinen eigenen Social-Media-Kanal festlegen. Und fürs Posten, das schreibe ich auch unten dazu, habe ich eine Software. Also ich verwende YouTube. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Ist im Prinzip eine Software, wo man Social-Media-Planung machen kann. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel am Montag alle Dinge fertig. Ich setze mir dann eine Stunde hin und gebe meine ganzen Postings ein. Und sage dann zum Beispiel, okay, am Montag um 12 Uhr soll das online gehen. Am Dienstag um 18.30 Uhr geht das online. Am Mittwoch geht das online. Und damit habe ich es für diese Woche automatisiert. Und dann habe ich da zwischendrin natürlich die ganzen persönlichen Postings. Ich bin gerade unterwegs, ich habe einen Business-Kunden, ich bin beim Friseur oder wie auch was ich kommuniziere. Das heißt, auf der einen Seite habe ich mal eine fixe Social-Media-Planung, Software, YouTube. Einfach mal testen. Habe ich bezahlt, ich glaube 100 Euro für das erste Jahr. Und dann einfach wirklich so posten. Dann, es ist eine eigene Wissenschaft, wann man etwas posten soll. Also ich sage es ganz ehrlich, ich lasse das komplett. Viele sagen, du musst Montag in der Früh posten und Janix am Mittwochabend oder Freitag in der Früh. Ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg finden, was für ein stimmig ist und was für ein passt. Und dann schauen, was kommt an Feedback von den Zuschauern. Welche Kommentare kommen zurück. Und dann wieder auf das Ganze eingehen. Das mache ich auch wieder. Das heißt, die Idee zu diesem Video ist also ein Business-Flog von einem Zuschauer gekommen. Und jetzt packe ich diese Dinge in ein eigenes Video und schicke diese Message zurück. Und somit kann man wirklich das online richtig genial aufbauen. Und mir taugt im Prinzip das Video-Format. Das war es jetzt da für Social Media. Es gibt noch so viele Dinge darüber zu sprechen. Ich habe so viele Erfahrungen gesammelt. Lass mir einfach wieder ein paar Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Aber was noch viel wichtiger ist, schreib unten Kommentare dazu, was dich interessiert in diesem Social Media Bereich drinnen. Und vielleicht habe ich ja schon Erfahrungen gesammelt, worüber ich ein Video für dich machen kann. Aber danach für die gesamte Community. In dem Sinne sage ich wieder Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat, Kommentare da lassen. Auch abonnieren, ist mir sehr recht. Und in dem Sinne viel Erfolg bei deinen Social Media Plänen. Alles Liebe, dein Thomas. Das habe ich dir gefallen hat. Vielen Dank.